Ich habe den größten deutschsprachigen veganen Discord-Server der Welt. Falls es jemand noch nicht weiß, wir sind da auch absolut außer Konkurrenz. Ich habe mit Abstand den größten Server, den es gibt. Ihr seht hier, wir sind aktuell 1251 Mitglieder. Den nächsten Server, den ich kenne, veganen Server, deutschsprachigen, der hat irgendwas so um die 100 Mitglieder. Und deswegen wollte ich hier natürlich nochmal ganz klar announcen, für alle, die es noch nicht wissen, vor allem für alle, die noch nicht dabei sind, bei diesem unfassbaren veganen Traumland, der mein veganer Discord-Server, Leute. Kommt da drauf, das ist absolut, wer da nicht dabei ist, der verpasst so viel, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Manche waren von Anfang an dabei, haben alles mitgemacht, natürlich besetzen, deswegen natürlich auch sehr, sehr hohe Positionen hier auf dem Server. Aber ganz wichtig, wollte ich das nochmal gesagt haben, dass ich den größten veganen deutschsprachigen Discord-Server der Welt führe. Ich habe ihn ins Leben gerufen, ich bin der Inhaber. Und ich wollte euch hier nochmal auf ein paar Sachen aufmerksam machen, so ein paar Highlights vorstellen, was es auf dem Server alles gibt und warum ihr auf jeden Fall dabei sein solltet. Die Sache ist natürlich, als Veganer hat man ein ganz besonderes Problem, und zwar ist das natürlich, sich zu connecten mit Menschen. So live connecten, nicht irgendwie auf YouTube, das ist ja alles sehr langsam, da weißt du nicht, wann jemand einen Kommentar schreibt und so, und deswegen gibt es Instant-Messaging-Plattformen, wie zum Beispiel Discord, da unterhältst du dich live direkt, also du kannst ja schreiben und dein Freund, mit dem du schreibst, oder halt alle Personen, die auf dem Server sind, sehen das direkt, dass du schreibst, also die sehen schon, während du schreibst, dass du etwas am Tippen bist, und deswegen, das ist live, das ist sowas wie Skype zum Beispiel, oder Teamspeak, nur hat Discord da natürlich allen den Rang abgelaufen, Microsoft hat versucht, Discord zu kaufen für 10 Milliarden Dollar, Discord hat abgelehnt, weil die eine glorreiche Zukunft vor sich haben, und deswegen ist das hier, Discord ist die allerbeste Plattform, um sich mit Menschen auszutauschen, die es überhaupt gibt, weil sie halt live ist, live funktioniert, und man halt nicht warten muss, sondern direkt geantwortet wird von Menschen, und du schreibst irgendwas, hey, was kann man dagegen machen, ich habe diese und diese Probleme, was könnte ich heute essen, und das sehen direkt alle, alle Mitglieder, und können verschiedene Leute schreiben, die auf einmal mit verschiedenen Ideen, natürlich, dass dann die Power, dass so viele Menschen da sind, und so viele Köpfe einfach dahinter sind, und dann so darauf antworten können, und das ist einfach, ja, so wer mal dabei war, natürlich, da weiß Discord, die beste Plattform ever, und hier kann ich euch mal zeigen, zum Beispiel haben wir hier Foodsharing, das ist natürlich so eine Sache, ich poste hier auch eigentlich täglich, ja, täglich poste ich hier Bilder von Essen, und das ist auch einfach so eine Inspiration und Ideen einfach, was man essen kann, vielleicht hat man einfach keine Ideen, was soll ich heute essen, ich esse irgendwie immer das gleiche, früh morgens immer Haferflocken, mit Obst und abends irgendwie Nudeln, ja, was könnte man noch essen, und da hast du hier immer Ideen, einfach schon dadurch, dass die Menschen ihr Essen posten, kriegst du einfach Ideen, ne, du wirst auf ganz neue Ideen gebracht, ah ja, genau, Pilze mit irgendwie Nudeln, und irgendeiner Soße dazu, und hier halt Süßkartoffeln, mit Kichererbsen und so, Datteln, und was es halt in Geschäften auch gibt, ne, Falafel auch, ich poste hier auch manchmal einfach, was es in Geschäften gibt, ne, was man kaufen kann, Pudding habe ich letztens auch gemacht übrigens, und genau sowas hier, ne, was es Neues in den Geschäften gibt, wird hier auch immer gepostet, also hier verpasst du nix, ne, sobald irgendwas Neues in Lidl, Aldi oder sowas ist, wird das hier gepostet, und dann kriegt das jeder mit, deswegen, das ist hier einer der beliebtesten Räume, ist klar, Veganismus hat viel mit Ernährung zu tun, deswegen ist das natürlich ein Raum, den man auf jeden Fall auf den Schirm haben sollte, und da jeden Tag hier, 100 Leser sind hier im Raum, die sich das angucken, und viele, die regelmäßig schreiben auch, dann der nächste Raum ist Sport, wir haben hier natürlich einen Sportraum, wo man sportliche Leistung sehen kann, obwohl der Raum ist nicht öffentlich, also dafür muss man schon ein bisschen aufsteigen im Rang, und hier werden halt gepostet, die Leistungen, die man bringt, um den anderen zu zeigen, hey, ich bin heute das und das gelaufen, auch um zu motivieren, wenn ich irgendwas laufe, will das jemand nachmachen, dann fährt er auch diese Strecke, zum Beispiel hier mit dem Fahrrad jetzt, und wir haben hier natürlich auch eine Rekordliste, wir haben hier eine Rekordliste, Sportrekorde, jeder, der hier auf dem Surfer ist, und halt gute Leistungen erbringt, kannst du dir hier angucken, wenn du hier drauf klickst, kann ich jetzt nicht aufmachen, weil ich filme gerade Discord ab, das Discord-Programm, also der wird das jetzt nicht öffnen, nur im Hintergrund, ihr werdet das nicht sehen, auf jeden Fall sind dort Rekorde eingetragen, wer denkt, er kann diese Rekorde brechen, well, der muss auf den Server kommen, und dann zeigen, was er kann, der muss dann natürlich belegen, und ich frage dann auch, wenn du wirklich einen Rekord brichst, von jemandem, zum Beispiel Rekord irgendwie im Schnellgehen, oder im Fahrradfahren Distanz, oder sowas, die Rekorde sind natürlich jetzt für Normalsterbliche, nur jetzt, wenn hier jemand reinkommt, der wirklich das krass drauf hat, der wird natürlich alle Rekorde wegnehmen, aber so ist das nun mal, der muss dann aber natürlich auch mir privat, dann auch komplett alles schicken, damit ich auch ganz genau überprüfen kann, ob das alles echt ist, aber auf jeden Fall, hier der Sportraum, auch eine mega Motivation, auch zum Abnehmen und so, mega wichtig, und den Raum wollte ich auf jeden Fall, auch hier nochmal erwähnt haben, dann das nächste ist, hier brennt ein Raum, in den gehe ich jetzt nicht rein, der ist öffentlich, den kann man direkt sehen, sobald man auf dem Server ist, dass ein Raum, dort herrscht, komplette Meinungsfreiheit, also ihr wisst da nicht komplette, im Sinne von, dass man alles sagen kann, aber als Meinungsfreiheit, du darfst dort sagen, das was du normalerweise, in den normalen Räumen, hier nicht sagen kannst, sowas wie, ich mag Fleisch, Fleisch schmeckt mir so gut, und ja, ihr solltet irgendwie Fisch essen, und Fisch ist gesund, wegen Omega 3, und sowas, sowas wird hier natürlich nicht stehen, weil es Falschinformationen sind, aber früher, wurde das alles entfernt, und das wurde geändert, ja, ich habe alle wieder unbannt, die verschiedene Sachen geschrieben haben, die halt so unvegane, oder anti-vegane Sachen sogar, und habe einen Raum gemacht, einen Meinungsfreiheitsraum, der heißt The Void aktuell, und da kommen halt alle rein, die irgendwelche Meinungen vertreten, die hier im veganen Server, von den meisten nicht gesehen werden wollen, aber wir brauchen den Raum trotzdem, weil es Menschen gibt, die mit diesen Menschen sprechen wollen, und sagen wollen, wo da die Probleme liegen, und so, deswegen habe ich diesen Raum gemacht, alle Leute unbannt, und ein paar sind schon wieder reingekommen, die gebannt waren, und jetzt sind die da in dem Raum, und können sich austauschen, da ist halt Meinungsfreiheit, aber keine Narrenfreiheit, das ist ganz wichtig, ist ganz klar, dass man sich auch da an Regeln halten muss, nur da sind die Regeln viel, viel lockerer, dann, was haben wir noch, wir haben hier natürlich Events, ganz wichtig, wir haben Server Events, ihr seht hier allerlei Sachen, hier Karaoke, Karaoke Leistungstabelle, wir werden demnächst wieder Karaoke Abend haben, tatsächlich, uns fehlt noch ungefähr eine Person, und dann machen wir einen Karaoke Abend, das heißt, alle singen gleichzeitig, es gibt auch Duelle untereinander, wer sich traut, ja, aber das ist schon, das ist schon, wir hatten schon krasse Duelle gehabt, ungefähr 10 Duelle haben wir schon gehabt, ich weiß nicht, vielleicht 15 Karaoke Abende oder so, und wir führen die wieder ein, und hier könnt ihr sehen, haben wir eine Event Liste, die mache ich mal kurz auf, die könnt ihr natürlich nicht sehen, weil Discord ist vorne, und wir haben einen Filmeabend zum Beispiel, und da wird also genau immer ein Film geguckt, dann haben wir Karaoke Abend eigentlich, der ist jetzt ein paar Mal ausgefallen, aber wird wieder eingeführt, Donnerstag haben wir Leseabend, da wird halt auch so ein Buch vorgelesen, wenn du auch so ein Buch vorlesen willst, kannst du das machen, und da gibt es dann halt Zuhörer, und Samstag ist Spieleabend, da wird immer Uno gespielt, Garstic Phone und diese ganzen Spiele, übelst lustig, der Spieleabend ist immer legendär, und Reaction Stream gibt es natürlich am Sonntag, aber das ist außerhalb von Discord, so genau, da könnt ihr das sehen, das sind die Server Events, das ist die Karaoke Leistungstabelle, und man kann natürlich, wenn man sehr sehr gut ist beim Karaoke, kann man Karaoke Queen werden, ja es haben sogar schon Männer geschafft, Karaoke Queen zu werden, und genau, das war das, auch sehr interessant, dann haben wir hier einen, was ich noch vorstellen wollte, einen, lass mich mal gucken, Flirtraum, Hier werden Menschen gesucht, die auf Partnersuche sind, und die halt einen Partner finden wollen, vegane Partner, und die schreiben hier halt herum, und hier kannst du halt flirten, kannst schreiben, ich komme daher und daher, ich bin an dem und dem interessiert, und dann, ja, könnt ihr euch hier austauschen, und jemanden finden, der zu euch passt, dann haben wir noch, ganz wichtig, für alle die Freunde suchen, Veganer in der Nähe, hier schreibt man rein, wo man herkommt, falls man sich mit anderen Veganern treffen will, gibt es auch, sehr viele Anzeigen hier, also, aus jedem Bereich, den man, aus jedem Bereich Deutschlands, also hier kann man auf jeden Fall auch Freunde finden, dann natürlich unser legendärer Raum, den will ich euch natürlich nicht vorenthalten, Hausraumfetisch, ist ganz klar, Haus und Raumfetisch, ja, ich habe den eingeführt, es haben mich erstmal alle ausgelacht, ja, ja, und dann, es ist der beliebteste Raum von allen geworden, eine Zeit lang, jetzt ist es ein bisschen ruhig geworden hier, aber, natürlich hier so, richtig geile Räume sich anzugucken, richtig geile Häuser sich anzugucken, oh, das ist richtig genial, und, äh, von daher, kommt auf jeden Fall rein, ihr wollt euch hier die Bilder angucken, glaubt mir, hier ist richtig original, auch Küchen und sowas, äh, ja, das sind jetzt sehr, sehr viele Räume, aber normalerweise auch hier so, Häuser und so, das ist, ähm, Haus und Raumfetisch halt, sehr, sehr geil, äh, könnt ihr euch das hier angucken, ja, das wird garantiert niemand verpassen, und, natürlich Schule und Hausaufgabenraum haben wir auch, für alle, die, die, ihre Hausaufgaben, äh, machen wollen, Hilfe brauchen, weil hier gibt es alles möglich, wir haben hier Lehrer, ne, auf dem Server, ja, auch in ganz hohen Position, und, äh, einfach schlaue Leute, ne, irgendwelche Leute, die Mathematik studieren, und so weiter, ne, also, auf jeden Fall, könnt ihr da reinkommen, und euch, äh, Hilfe holen, da haben wir hier einen Vorstellungsraum, könnt ihr euch auch natürlich angucken, ich habe mich hier auch vorgestellt, ne, mit allen möglichen Informationen, und so weiter, und so fort, wir haben insgesamt, äh, 92 Räume, also für jeden etwas dabei, wir haben auch Anime, zum Beispiel, da wird sich über Anime unterhalten, über Mangas, zum Beispiel, wir haben Filmraum, da wird sich über Filme unterhalten, und ausgetauscht, welche sind die neuen Filme, welche sind die besten Filme, welche Filme könnte man gucken, ich habe heute Langeweile, und so, von daher, auch interessant, also 92 Räume, da ist für jeden etwas dabei, ne, wir haben auch Kummerkiste, und sowas, ne, aber das, die ist nicht öffentlich, da muss man auch erst mal ein bisschen aufsteigen, und, äh, von daher, Leute, das ist hier alles gut moderiert, hier wird aufgepasst, ne, dass hier dann nett und freundlich ist, das ist der netteste und freundlichste Server, hier wird wirklich, ihr seht ihr auch, ne, die Bots, die überwachen auch alles, ne, dass keiner da irgendeinen Mist schreibt, äh, außer The Void, ist ein kritischer Raum, das ist nur für die gedacht, die wirklich, sich sowas auch anhören wollen, so ziemlich kritische Stimmen, und dass einer da für Fleisch eintritt, und sowas, ne, und dann kann man einfach stumm schalten, also am Rechner einfach rechtsklicken, ne, und dann kannst du den Kanal stumm schalten, ganz einfach, das ist ein Klick, oder hier einfach auf die Glocke im Raum, wenn du im Raum bist, auf die Glocke, und dann, äh, ist der Raum ausgegraut, und du erfährst davon nichts mehr, also, ne, alles kein Problem, muss sich niemand mit rumschlagen, du kannst alles stumm schalten, was dir nicht gefällt, du magst kein Anime, machst den Anime-Raum stumm, falls dort zu viel geschrieben wird, und dich das nervt, also, ne, kann man alles machen, das Allerwichtigste ist, dass ihr immer die, Dings, die, die, äh, Kategorien einklappt, ne, ansonsten kann es mega unübersichtlich werden, wenn alles aufgeklappt ist, ne, klappt die zu, wenn alles zugeklappt ist, sieht das auf einmal ganz, ganz schön aus, ne, ist alles, kannst auch das zuklappen, und dann ist das hier der ganze Server, von daher, ähm, kann man das alles machen, okay, na, man kann auch Musik hören, natürlich, hier wird jeden Tag Musik hört, also als DJ auflegen, du kannst als DJ auflegen, wird jeden Tag gemacht, von irgendeiner Person, immer unterschiedlich, mal bin ich das, mal sind das andere, und dann können andere einfach zuhören, und hier kann man sich auch refacen lassen, das heißt, dein Gesicht wird eingearbeitet, in, äh, irgendwelche anderen, in zum Beispiel in irgendeinem Film, in irgendeinem Avengers oder sowas, ne, das sieht übelst realistisch aus, müsst ihr euch mal geben, viel zu krass, da wurde ich gerade erwähnt, weil ich wahrscheinlich da gerade gerefaced wurde, also Leute, kommt rein, ne, der beste Server, der größte Server, absolut konkurrenzlos, kommt rein, äh, wir haben hier zum Eintritt keine Anforderungen, außer verifizierte E-Mail-Adresse, das ist ganz klar, dass man nicht hier von Bots zugespampt wird, deswegen, guckt es euch an, Leute, ne, absolut, der absolut beste Ort für Veganer, ne, man kann sich nicht besser connecten, von daher Leute, überall der Link, überall unten verteilt, in der Videobeschreibung, in den Kommentaren, und, äh, das wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen, deswegen, komm jetzt rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.